So, dann gehen wir mal weiter in der Story. Ja, da war die Kamera natürlich unser bester Freund gerade eben. Der Anschluss muss für die Bedienung dieses Gerätes repariert werden. So wie es aussieht, müssen wir hier dann nochmal wiederkommen. Hm, okay. So, ja. Brauchen wir dann nichts weiter und dann noch nicht. Gehen wir mal in diese Höhle hinein. Okay. 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 Ich habe aber auch ehrlich gesagt den Eindruck, nachdem ich diese ganzen Premium Gegenstände jetzt erhalten und vor allem auch benutze, dass ich glaube ich gar nicht so das Interesse an den Ingame Gegenständen habe, weil das Design mir doch relativ gut gefällt. Und irgendwelche Boni gibt es jetzt nicht, habe ich zumindest jetzt nicht gesehen deswegen. Okay. Okay. Es werde Licht. Oh. Wow. Wow. Oh, das ist doch hier. Oh, ja. Ich bin gerade am überlegen, wie ich da jetzt rüberkomme. Also ich kann das verlangsamen, aber das dreht sich ja auf mich zu und dann weg und nicht sozusagen von mir da rüber. Wann ist da vermutlich so der gute Punkt? Ja, mal gucken. Das war's wie es aussieht schon mal nicht. Aber so wie es aussieht ist, dass der Gegner weggegangen ist. Ich habe den ausgeglitcht, genauso wie ich mit meinem Lichtschwert. Boah. Okay, ich habe den ausgeglitcht wieder. Oder auch. Ja. Ich habe ja etwas merkwürdige Konfrontationen bei dem. Felix sind begnadete Kletterer. Okay. Neues Ziel zur Holocatte. Das reduziert die Qualität meiner Haltung und meiner Zielsicherheit. Das überrascht mich nicht. Die Rationen hier sind entsetzlich klein. Ich sage nur, dass es nicht meine Schuld ist, wenn ich ein Ziel verfehle. So, wir haben eine neue Aufgabe bekommen, zum Auge des Stums zu gehen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Boah. Boah. Krass, er hat ja hier eine Bazooka. Ich korrigiere. Er hat doch eine Bazooka. Er hat doch eine Bazooka. Ich sehe es mir an. Danke, BD1. Erkettentoppler, ja. Ähm. So, da geht es nicht weiter. Nein! Nein! Ne, das war zu früh. So. Boah. Es ist irgendwie gar nicht so einfach, nochmal das perfekte Timing hier zu erwischen. So. Die Pause ist vorbei. Die Pause ist vorbei. Dreht euch das ab. Halt still! Der bringt uns um. Ich wusste, dass es so hinten würde. So. Abkürzung freigeschaltet. Oh ja, danke sehr. Ich habe schon echt gedacht, wenn ich hier dann irgendwie zurück... zurückgehe, muss ich hier sonst irgendwo langlaufen. Hä? Mein Freund. Seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sefo erfahren, als ich für möglich hier bin. Gut, ich denke, die Abkürzung gucken wir uns dann an, wenn wir hier soweit fertig sind, beziehungsweise im Auge des Sturms waren. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Boah. Okay. Okay. Sööööööööööf So. Verwittertes Monument. Das war dein letzter Fehler. Das Kompanschluss muss wieder repariert werden. Okay. So, das sieht jetzt aber aus, als hätten wir ein paar Wege hier, die wir gehen könnten. Die Frage ist jetzt, welcher der richtige ist oder auch nicht. So wie es aussieht, können wir da nicht... Ja, das war ja das, was verschlossen ist. Nein. Ähm, meditieren, ja, brauchen wir jetzt nicht. Ich hab dich gefunden, ein Ringling. Was? Danke, BD1. Schwere Angriffstruppler, okay. Jetzt doch einiges an neuen Gegnern, was wir jetzt hier gerade erleben. So. Ich will erst mal weiter Geheimnisse entdecken. Mariana, kümmere dich um Sienna. Das sieht auch so aus, als könnten wir das mit so einem Machtschub zum Einsturz bewegen. Du kannst es nicht verschieben. Ja, du kannst es nicht verschieben, weil dir die Kraft fehlt, vermutlich die Power. Entschuldigung. Und mit dem Lichtschwert geht es natürlich nicht. Und was ist hier? So wie es aussieht, ist das auch nicht der richtige Weg. Hier, ein Transportschiff verlässt die Basis. Ich weiß. Sie wollen Zeffo-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Zeffo interessiert ist? Röblich. Der Verwunderte hat einen Sturmkoppel erwischt. Also ich weiß auch nicht, was ich so jetzt genau über diese Sammelgegenstände hier erhalten soll. Weil irgendwie hätte ich es mir, glaube ich, gewünscht, wenn doch etwas mehr jetzt geredet worden wäre, als dass er nur sagt, hm, ein Sturmkoppel. Hm, hier war ein Kampf. Hm, hier hat jemand geschrien. Ist irgendwie unbefriedigend. Das ist jung was hier. Boah. Boah. So. Boah. Da wir da lang gehen sollen, es aber so aussieht, als gäbe es hier wieder was. Da wird sehr wahrscheinlich hier ein... Gar nichts zu sein, ja. Gut, dass wir das geklärt hätten. Da ist hier wirklich absolut nichts. Doch, hier oben. Neue Lichtschwerthülse erhalten. Elementarnatur 2. Da war ich ja. Da war ich ja. Boah. Boah. Ich habe gerade so noch das Seil bekommen. Ich habe gerade so noch das Seil bekommen. Wir wollen auch hier lang. Das ist schon mal gut. Und das hier wird sehr wahrscheinlich eine Abkürzung sein. Ja. Ja. Boah. Danke. Boah. Oder auch nicht. Boah. 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 Die haben Hörner, du einen Blaster. Du kannst auf sie schießen. Oh, und wenn es dich anhält, darf sich nächstes Mal einfach nicht runterkriegen. Feind nähert sich. Er hat Schaden erlassen. Jetzt hast du es mit mir zu tun, Jedi. Fähigkeitenpunkte erhalten. Ja. Jetzt wollen wir nicht mehr so viele Fähigkeiten wieder lernen. Was haben wir gefunden? Und wieder einen neuen Lichtwärtschalter erhalten. Licht und Entschlossenheit. So. 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 Oh, okay. Was haben wir gefunden? Neues Lichtschwertmaterialer. Überall ist geil. Was haben wir gefunden? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020